Selbstlose Liebe ist das spontane Empfinden, mit allen anderen Lebewesen verbunden zu sein. Was ihr fühlt, fühle auch ich. Was ich fühle, fühlt ihr. Zwischen uns besteht kein Unterschied. Als ich begann, die Meditation über Mitgefühl zu praktizieren, stellte ich fest, dass mein Gefühl, isoliert zu sein, abnahm. Zugleich verspürte ich mehr und mehr Kraft. Wo ich zuvor nur Probleme gesehen hatte, sah ich nun nichts weiter als Lösungen. Früher hielt ich mein Glück für wichtiger als das der anderen. Nun hingegen begann ich zu erkennen, dass das Wohlergehen der anderen die Grundlage meines inneren Friedens ist. Liebende Güte ist die erste der unermesslichen Qualitäten, die geübt wird. Zu Beginn der Praxis bittet man den Schüler, er solle sich selbst visualisieren und dann für sich vier oder fünf Zeilen der traditionellen Gebete wiederholen. Bei dieser Rezitation sollen die Schüler darauf achten, wie sich das Gefühl von Lieben der Güte im Körper und im Herzen bemerkbar macht. Das Gefühl Lieben der Güte entwickelt sich, wenn wir diese Gebete über Tage, Wochen und Monate hinweg mehrere tausendmal wiederholen. Zu Anfang ist es vielleicht noch schwierig, sich selbst zu lieben. Bei vielen Menschen löst dies Scham oder Gefühle der Wertlosigkeit aus. Und doch ist es eine besonders machtvolle Praxis, denn was wir an uns selbst nicht lieben, können wir auch an anderen nicht akzeptieren. Nach zahllosen Wiederholungen stellt sich allmählich eine starke Liebe für uns selbst ein. Dann wird die Praxis der liebenden Güte langsam auf andere Wesen ausgedehnt. Man geht dabei nach Stufen vor. Zunächst visualisieren wir unsere Wohltäter und schenken ihnen Liebe. Dann die von uns geliebten Menschen, unsere Freunde, neutrale Menschen, schwierige Menschen, Feinde. Dann lassen wir die liebende Güte noch weiter werden, bis sie alle Menschen, Tiere, Erd, Wasser, Feuer und Luftwesen umfasst, ob groß oder klein, jung oder alt, sichtbar oder unsichtbar, bis schließlich alle Wesen in allen Himmelsrichtungen angesprochen sind. In jedem Schritt dieses Prozesses lassen wir das Feld unserer liebenden Güte weiter werden. Wenn wir Schwierigkeiten haben, zur nächsten Stufe weiterzugehen, versuchen wir, unsere negativen Gefühle loszulassen und zu vergeben. Wir erklären unsere Absicht, liebende Güte zu empfinden, bis sich das Hindernis aufgelöst hat. Die Erfahrung, auf diese Weise liebende Güte zu üben, eröffnet völlig neue Perspektiven. Wie die Spiegelungen auf der Oberfläche eines klaren Sees manifestiert sich die Vielfalt der Phänomene und ist doch frei von eigenständiger Existenz. Heute noch erlange die Gewissheit, dass alles nur ein Widerschein der Leerheit ist. Longchen Rabchan Vergänglichkeit und gegenseitige Abhängigkeit oder die Welt sehen, wie sie ist Der Buddhismus bietet eine Methode an, die uns hilft, uns zu verbessern. Dabei versuchen wir, die wahre Natur der Dinge zu erkennen, ohne uns vom äußerlichen Schein trügen zu lassen. Die Phänomene, die sich unseren Wahrnehmungsorganen darbieten, haben keine letztendliche Realität. Nehmen wir das Beispiel eines Berges. Der Berg scheint heute der gleiche wie gestern zu sein. Entstanden vor tausenden von Jahren, repräsentiert er eine Kontinuität in der Welt der Erscheinungen. Auch wenn man eine relative Stabilität in seiner großen Erscheinung feststellen kann, muss man doch zugeben, dass sich bei genauer Analyse jedes seiner Teilchen ständig verändert. Diese Veränderungen, die im Unendlich Kleinen stattfinden, werden von unserem Geist als Kontinuum wahrgenommen. Diese wahrgenommene Beständigkeit ist nichts als eine Illusion, denn nichts bleibt sich selbst gleich. Es gibt keine zwei aufeinanderfolgenden Augenblicke, die sich vollständig ähneln. Nach dem Beispiel des Berges nehmen wir das der Blume, deren Vergänglichkeit und Unbeständigkeit offensichtlich sind. Die Blume, die heute in voller Blüte steht, war zuerst ein Same, dann eine Knospe. Diese Veränderungen veranschaulichen die subtile Unbeständigkeit eines jeden Augenblicks. Diese Unbeständigkeit ist die wahre Natur der Blume. Kaum dass sie aufgeblüht ist, verwelkt sie. Ob es sich nun um einen Berg oder eine Blume handelt, wir müssen uns an die Vorstellung gewöhnen, dass ein Phänomen im Moment seines Erscheinens bereits die Ursache für sein Ende in sich trägt. Die Unbeständigkeit der Erscheinungen ist auf äußere Ursachen und Bedingungen zurückzuführen. Wenn wir behaupten, dass alle Dinge einander bedingen und voneinander abhängen, dann bedeutet das, dass sie keine Existenz an sich haben. Die Fähigkeit zur Verwandlung selbst, die allen Erscheinungen inne wohnt, verweist auf die grundlegende Wechselseitigkeit alles Lebendigen. Kann man sagen, dass es eine Wesenheit Blume gibt, die an sich existiert? Die Antwort ist nein. Die Blume ist nur eine Ansammlung von Eigenschaften, Form, Farbe, Duft, aber es existiert keine Blume, die unabhängig von ihren Erscheinungen wäre. Unsere Wahrnehmung der Zeit beruht ebenfalls auf einer falschen Sicht der Wirklichkeit. Die Gegenwart ist die Wahrheit, die wir hier und jetzt leben, aber es ist eine unfassbare Wirklichkeit, die nicht von Dauer ist. Wir befinden uns in einer paradoxen Situation, in der das Gegenwärtige eine Grenze darstellt, eine Linie zwischen Vergangenheit und Zukunft, der aber keine konkrete Wirklichkeit entspricht. Die Gegenwart ist jener unfassbare Augenblick zwischen dem, was nicht mehr ist, und dem, was noch nicht ist. Diese Begriffe, die wir für die Wirklichkeit halten, sind nichts als intellektuelle Erfindungen, die keine unabhängig existierende, für sich selbst bestehende Realität beinhalten. Nach der Lehre des Buddha existieren wahrgenommene Phänomene lediglich als Bezeichnungen, als Namen und Konzepte, die wir ihnen zuweisen. Die Art und Weise, wie Erscheinungen funktionieren, lässt auf keine ihnen eigene, greifbare Wesenheit schließen. Man könnte die Erscheinungen mit einer Fata Morgana vergleichen. Je näher man ihnen kommt, desto weiter entfernen sie sich, um irgendwann ganz zu verschwinden. Genauso verschwinden die Phänomene vor dem Geist, der sie genau analysiert. Der Buddha leugnet nicht, dass die Dinge erscheinen, sondern geht davon aus, dass Erscheinungen und Leerheit dasselbe sind. So gesehen existiert die Blume und ihre Formen und Eigenschaften schreiben sich in unseren Geist ein. Aber ihre Natur ist frei von jeder Existenz an sich. Wie eine Sternschnuppe, eine Luftspiegelung, eine Flamme, eine magische Illusion, den Morgentau, eine Luftblase, wie einen Traum, einen Blitz oder eine Wolke. Anwendung des Verständnisses der Leerheit Ein korrektes Verständnis dieses subtilen Punktes ist wegen seiner Implikationen bei der Interpretation unserer persönlichen Lebenserfahrung wichtig. Wenn starke Emotionen wie Wut oder Begierde in uns entstehen, werden wir, wenn wir die Erfahrung dieser Emotion untersuchen, erkennen, dass sie auf einer Annahme basiert, nämlich der Annahme, dass es irgendwo da draußen etwas gibt, das objektiv und wirklich existiert. Daran halten wir fest und projizieren erstrebenswerte und nicht erstrebenswerte Eigenschaften darauf. Je nachdem, welche Eigenschaften wir projizieren, fühlen wir uns zu einer Sache oder Person hingezogen oder davon abgestoßen. Starke emotionale Reaktionen verleiten deshalb zu der Annahme einer irgendwie gearteten, objektiven Wirklichkeit. Wenn wir allerdings begreifen, dass es diese wahre Realität von Dingen und Ereignissen gar nicht gibt, werden wir sicher sofort verstehen können, dass den Emotionen jegliche gültige Grundlage fehlt, wie stark und real sie sich auch anfühlen mögen. Sie werden unhaltbar, sobald man erkannt und verstanden hat, dass sie auf einer falschen Annahme bezüglich der Wirklichkeit beruhen. Ist andererseits unser Verständnis der Leerheit nicht sehr tief, das heißt, solange es uns noch nicht geglückt ist, die spontane Auffassung von innewohnender Existenz und Identität vollständig zu verneinen, werden wir Emotionen gegenüber natürlich keine eindeutige Stellung beziehen können. Wir werden stattdessen das Gefühl haben, dass sie doch irgendwie gültig oder zu rechtfertigen sind. Hat man ein gewisses Verständnis der Leerheit entwickelt, auch wenn es zunächst ein intellektuelles ist, gewinnt man dadurch eine neue Einstellung gegenüber Dingen und Ereignissen und kann einen Vergleich mit den bisher gewohnten Reaktionen anstellen. Man stellt fest, dass man ständig irgendwelche Eigenschaften auf die Welt projiziert, dass vor allem die meisten unserer starken Emotionen aus der Auffassung entstehen, etwas sei real, was in Wirklichkeit gar nicht real ist. Mithilfe solcher Erfahrungen gelingt es einem nach und nach, ein Gefühl für die Unvereinbarkeit zwischen der Art und Weise, wie wir Dinge wahrnehmen und wie sie wirklich existieren, zu entwickeln. Der Schluss, den wir daraus ziehen können, ist der, dass die starken Emotionen, die unseren Geist in Unruhe versetzen, aus dieser grundlegenden Verwirrung entstehen, die uns alles als real und aus sich selbst heraus unabhängig existierend verstehen lässt. Zusammenfassend können wir also sagen, dass leiterzeugende Emotionen und Gedanken keine gültige Grundlage haben, weder in unseren Erfahrungen noch in der Wirklichkeit noch in der Vernunft. Im Gegensatz dazu wurzelt unser Verständnis der Leerheit nicht nur in der Vernunft, sondern es gründet auch auf Erfahrung. Es hat eine gültige Grundlage. Außerdem stellen unser Verständnis der Leerheit und unser Greifen nach der Wirklichkeit der Dinge Gegensätze dar und schließen sich daher gegenseitig aus. Da sie gegensätzliche Kräfte darstellen, und angesichts der Tatsache, dass die eine Kraft eine gültige Grundlage besitzt, die andere jedoch nicht, können wir schlussfolgern, dass wir, je mehr wir unser Verständnis der Leerheit vertiefen und je stärker unsere Erkenntnis wird, unsere getäuschten Emotionen, desto mehr durchschauen und diese in der Folge umso schwächer werden. Wir erkennen, dass starke, leiterzeugende Emotionen und Gedanken sowie die Grundlage, auf der sie entstehen, nämlich die Unwissenheit, abgeschwächt werden können und dass die Einsicht in die Leerheit gestärkt werden kann. Die meisten von uns betrachten Schmerz als eine Bedrohung für unser körperliches Wohlergehen. Geben wir ihm zu viel Raum, wird er nur umso stärker. Machen wir ihn hingegen zum Meditationsobjekt, wird er ein Mittel zur Steigerung der geistigen Klarheit. Yonge Minyor Rinpoche Physischen Schmerz lindern Ausnahmslos jeder von uns wird im Leben mit körperlichem Schmerz konfrontiert. In der Art und Weise, auf diesen zu reagieren, zeigen sich allerdings von Mensch zu Mensch bedeutsame, individuelle Unterschiede. Beispielsweise wird die Empfindung von Schmerz durch den ängstlichen Wunsch, den Schmerz zu unterdrücken, ganz erheblich verstärkt. So kann ein harmloser Schmerz unerträglich werden. Hingegen lässt sich ein quälender, chronischer Schmerz besser ertragen, wenn man zu einer veränderten Einstellung gelangt und ihm einen Sinn verleiht. Schmerzen ertragen wir leichter, wenn Dauer und Intensität absehbar sind. Denn das hilft uns, bereit zu sein für die Erfahrung und dadurch können wir mit dem Schmerz besser umgehen. Schwerer fällt uns der Umgang mit dem Schmerz, wenn dieser unter Umständen stärker werden könnte und seine voraussichtliche Dauer unbekannt ist. Wenn ein Schmerz sich völlig unserer Kontrolle entzieht und wir glauben, er werde unbefristet fortdauern, läuft der Geist Gefahr, vom Leid überwältigt zu werden. Wie aber können wir jetzt schon lernen, den Schmerz anzunehmen, statt ihm zum Opfer zu fallen? Wenn wir uns ihm ohnehin nicht entziehen können, sollten wir doch lieber den größtmöglichen Nutzen aus dem Schmerz ziehen, statt den fruchtlosen Versuch zu unternehmen, ihn zurückzuweisen. Ob man sich nun völlig der Verzweiflung überlässt oder ob man die Geistesstärke und den Lebenswillen aufrecht erhält, der Schmerz wird ohnehin da sein, so oder so. Im zweiten Fall ist man freilich in der Lage, nicht nur seine menschliche Würde zu wahren, auch das Selbstvertrauen bleibt erhalten. Und das macht einen gewaltigen Unterschied. Zu diesem Zweck lehrt der Buddhismus verschiedene Vorgehensweisen. Vier von ihnen werden wir hier vorstellen. Den Schmerz in einem Zustand voller Bewusstheit einfach nur beobachten, ohne ihn zu deuten, das ist die erste Methode. Bei der zweiten machen wir uns die Kraft der inneren Bilder zunutze. Die dritte ermöglicht es uns, den Schmerz zu transformieren, indem wir durch ihn zu Liebe und Mitgefühl erwachen. Und schließlich untersuchen wir die Natur des Leids, beziehungsweise in einem weiteren Schritt die Natur des Geistes, der dieses Leid erfährt. Das ist die vierte Methode. Wie gehen wir vor, damit Schmerz zu einem Meditationsobjekt werden kann? Ein reines, durch dieses Geschehen nicht blockiertes Bewusstsein nimmt Schmerz ausschließlich als Energiefluss wahr. Kein Gedanke, kein Widerstand, einfach nur Energie. Doch der Geist konzeptualisiert Erfahrungen wie diejenige des Schmerzes. Ihr werdet beobachten können, dass ihr an sie als Schmerz denkt. Das ist ein Konzept, ein Etikett, das der Empfindung als solcher hinzugefügt wird. Und dann konstruiert ihr ein mentales Bild des Schmerzes, indem ihr ihn als Entität betrachtet. Wahrscheinlich ertappt ihr euch auch bei dem Gedanken, ich habe Schmerzen im Bein, aber ich ist eine Vorstellung. Etwas, das der schieren Erfahrung von außen hinzugefügt wurde. Wenn ihr ich in den Prozess mit hineinbringt, schafft ihr begrifflich eine Diskontinuität zwischen der Wirklichkeit, und dem ich-losen Bewusstsein, das diese Wirklichkeit wahrnimmt. Gedanken wie ich, mein, mir haben im unmittelbaren Bewusstsein keinen Platz. Es sind Fremdkörper, trügerische Zusätze. Wenn ihr ich mit ins Spiel bringt, identifiziert ihr euch mit dem Schmerz. Infolgedessen wird er verstärkt. Lasst ihr das ich aus dem Spiel, ist der Schmerz nicht schmerzhaft. Er ist einfach reiner Energiefluss. Bante Hennepula Gunaratna Sich nicht identifizieren, auch nicht mit Schmerzen. Was immer wir gerade spüren, hören, sehen, was immer gerade im Geist auftaucht, alles hat die Natur einer Spiegelung des Mondes im Wasser. Was wie gesagt nicht bedeutet, dass es unser Erleben nicht gäbe. Vielleicht habe ich gerade Schmerzen im Rücken, in den Hüften, in den Knien oder Kopfschmerzen. Diese Schmerzen sind geistige Erfahrung. Sie sind da und jetzt kommt es darauf an, wie ich damit umgehe. Ob ich den Zoom auf sie richte, ob ich sie vergegenständliche und mich mit ihnen identifiziere. Immer wieder entstehen neue Spiegelungen des Schmerzes. Es ist nie ganz derselbe Schmerz. Er ist stets ein wenig anders und doch im Wesentlichen so wie vorher. Und immer wieder haben wir die Möglichkeit, anzuhaften und abzulehnen oder auch annehmen zu entspannen. Bei solchen Unterweisungen denken wir vielleicht im Erkennen der traumgleichen Natur der Erscheinungen würden die Erfahrungen tatsächlich verschwinden. Aber auch wenn wir darüber meditieren, dass die Geräusche vom Traktor da draußen ähnlich wie in einem Traum wahrgenommen werden, hören die Geräusche trotzdem nicht auf. Genauso ist es mit visuellen Wahrnehmungen, mit Körperempfindungen und mit allen anderen Wahrnehmungen. Wir erkennen ihre wahre Natur und werden dadurch frei von zwanghaften Reaktionen. Doch Wahrnehmungen hören nicht auf, wenn wir sie als traumgleich erfahren. Wie alles erleben, sind auch Schmerzenprozesse. Wie wir diesen Prozess leben, hängt davon ab, wie wir damit umgehen. Ein Schmerz kann größer und kleiner werden und zeitweilig auch mal verschwinden, wenn wir mit anderem beschäftigt sind oder uns angenehmer hinsetzen. Aber er kann auch wieder auftauchen. Hier sollten wir uns eines klar machen. Mahamudra ist keine besondere Kunst, das Unangenehme wegzumachen, sondern eine Tradition, die einen Zugang zu tiefem, weisem Gleichmut aufzeigt, das heißt zu der Fähigkeit, unsere Erfahrungen unvoreingenommen und offen zu erleben. Wir arbeiten mit dem, was wir ändern können, mit unserem Reagieren. Daneben gibt es das, was wir nicht ändern können, sondern akzeptieren müssen. Ob wir uns gegen ein Geräusch auflehnen, uns darüber freuen oder aber seine wahre Natur erkennen, sind grundverschiedene Haltungen, die ebenso verschiedene Wirkungen zeigen. Es mag sein, dass manche Leute, die gut geübt sind, beim Zahnarzt keine Anästhesie brauchen, selbst für Wurzelbehandlungen. Aber das ist nur möglich, wenn sie sich wirklich durchgehend nicht mit ihrem Körper und den Schmerzen identifizieren und sich das nicht nur einbilden. Sobald wir an der Empfindung festhalten, haben wir Schmerzen. Aber Nicht-Identifikation üben wir nicht allein, um Schmerzen zu entkommen, sondern auch, damit unser Geist frei ist für Sinnvolles, zum Beispiel für unsere Aufgaben. Wenn wir auf körperlich bedingte Schmerzen nicht mehr automatisch reagieren, sind wir weniger gefangen und freier. Das bedeutet aber nicht, dass die Empfindungen an sich verschwinden. Wenn wir eine gewisse Meisterschaft erlangt haben, uns mit Empfindungen nicht zu identifizieren, fühlen wir durchaus unseren Körper. Wir haben Körperempfindungen, aber ohne zwanghaft darauf zu reagieren und sie als angenehm oder unangenehm zu erfahren. Subjekt und Objekt sind wie Sandelholz und der Duft des Sandelholzes. Samsara und Nirvana sind wie Eis und Wasser. Erscheinungen und Leerheit sind wie die Wolken und der Himmel. Die Gedanken und die Natur des Geistes sind wie die Wellen und der Ozean. Geshe Chayilpa Subjekt und Objekt Nun kommen wir zu einem Paar von Vorstellungen, die für unsere Erforschung von rechter Anschauung entscheidend sind. Subjekt und Objekt. Wir glauben gemeinhin, dass unser Bewusstsein das Subjekt der Wahrnehmung ist und dass es eine äußere Welt gibt, die das Objekt unserer Wahrnehmung ist. Und wir denken, dass diese beiden Dinge sich vollkommen voneinander unterscheiden. Denn in uns gibt es Bewusstsein, das Subjekt des Bewusstseins. Und da gibt es die Welt, da draußen, das Objekt des Bewusstseins. Der Lehre des Buddha folgend, ist dies ein grundlegender Irrtum. Wenn Sie achtsames Atmen praktizieren und sagen, einatmend bin ich mir meines Einatmens bewusst, dann tun Sie das auf eine Weise, in der Sie nicht länger ein Beobachter sind. Sie praktizieren so, dass Sie zu Ihrem Einatmen werden. Sie werden damit zu einem Teilnehmenden, sind kein äußerer Beobachter mehr. Im Buddhismus spricht man von sechs Sinnesorganen, Augen, Ohren, Nase, Zunge, Körper und Geist. Die ersten fünf sind physiologisch und das letzte mental. Geist ist also ein Organ, unser Geistbewusstsein. Das Objekt der Augen ist Form, das Objekt der Ohren ist Klang, das Objekt der Nase ist Geruch, das der Zunge ist Geschmack, das des Körpers ist Berührbares. Das Objekt des Geistes ist Dharma. Ein Dharma ist ein Objekt des Geistes, nicht eine objektive Realität. Wenn wir etwas wahrnehmen, ist dieses Etwas das Objekt unseres Bewusstseins. Die Welt ist lediglich ein Objekt unseres Geistes. Subjekt und Objekt manifestieren sich gleichzeitig und zusammen und sie hängen voneinander ab. Wenn sie einen Berg sehen, ist der Berg das Objekt ihrer Wahrnehmung, das Objekt ihres Geistes. Es ist nicht etwas, das von ihrem Bewusstsein getrennt existierte. Sehen bedeutet immer, etwas zu sehen. Zu hören bedeutet immer, etwas zu hören. Und so weiter. Wenn sie glauben, dass es ein subjektives Bewusstsein gäbe, das getrennt von den Objekten ihres Bewusstseins existiere, eine äußere Welt, die es getrennt von ihrem Bewusstsein gäbe, dann haben sie sich in einem Irrtum verfangen, der doppeltes Ergreifen genannt wird. Sie sind der Gefangene einer Vorstellung, bei der Subjekt und Objekt als zwei verschiedene Dinge angesehen werden. Rechte Anschauung ist aber nur dann möglich, wenn sie die Auffassung überwinden, dass Subjekt und Objekt zwei verschiedene Entitäten wären. Wir sind der Planet. Wenn wir der Umwelt schaden, schaden wir uns. Wenn wir einer anderen Person Schaden zufügen, fügen wir uns Schaden zu. Betrachten wir die Welt im Lichte des Interseins und der rechten Anschauung können wir das direkt erkennen. Das Ökosystem und wir Menschen sind keine zwei verschiedenen Dinge. Zerstören wir das Ökosystem, zerstören wir damit auch uns. Wir sind das Ökosystem. Das Ökosystem ist wir. Wir sind der Planet. Der Planet ist wir. Alles, was wir der Natur Schädliches antun, tun wir uns selbst an. Existieren Mineralien, Pflanzen und Tiere nicht mehr, wird es auch keine Menschen mehr geben. Wir können nur hier sein, wenn auch sie hier sind. Im tiefen Winter lässt die Kälte Flüsse und Seen gefrieren. Das Wasser wird so fest, dass es Menschen, Tiere und Wagen tragen kann. Wenn der Frühling naht, erwärmen sich Erde und Wasser und alles schmilzt. Was bleibt von der Festigkeit des Eises? Das Wasser wird wieder flüssig und gerät in Bewegung, wohingegen das Eis hart und erstarrt ist. Beide sind also weder miteinander identisch, noch, da Eis lediglich gefrorenes Wasser ist und wassergeschmolzenes Eis, voneinander verschieden. Dieses Bild steht zugleich für unsere Wahrnehmung der Wirklichkeit. Wenn wir an der Realität der Dinge haften, uns von Urteilen wie Verlangen oder Hass, Vergnügen oder Schmerz, Gewinn oder Verlust, Ruhm oder Schande, Lob oder Tadel festlegen lassen, erstarrt der Geist. Wir können indes das Eis unserer Vorstellungen und Vorurteile schmelzen lassen, um es in das lebendige Wasser des Freiseins für alle Möglichkeiten zu verwandeln. Kienze Rinpoche Einsicht in die wahre Natur der Wirklichkeit Ein weiterer Punkt. Neben den spezifischen Gegenmitteln für die negativen Emotionen gibt es auch noch ein allgemeines Gegenmittel. Wie Sie wissen, lassen sich aus buddhistischer Sicht alle leidbringenden Emotionen auf eine Hauptwurzel zurückführen, in der sie begründet liegen, die Unwissenheit, also eine falsche Vorstellung über die wahre Natur der Wirklichkeit. Weisheit oder die Entwicklung von Einsicht in die wahre Natur der Wirklichkeit ist das Gegenmittel gegen die Unwissenheit und kann daher als allgemeines Gegenmittel betrachtet werden, das alle negativen Emotionen an ihrer Hauptwurzel bekämpft und beseitigt. Im Hinblick auf die positiven und negativen Emotionen lässt sich aus buddhistischer Perspektive noch sagen, dass die positiven Emotionen eine gültige Grundlage haben und in der Wirklichkeit begründet liegen, im Gegensatz zu den negativen Emotionen, die im Allgemeinen auf einer falschen oder verzerrten Wahrnehmung der Wirklichkeit beruhen. Zum Beispiel beruht die positive Emotion des Mitgefühls, das wir für einen anderen Menschen empfinden, auf der Erkenntnis, dass der andere Mensch genau wie wir selbst Glück erlangen und Leid vermeiden möchte. Das ist eine korrekte Wahrnehmung und stimmt vollkommen mit der Wirklichkeit überein. Auf der anderen Seite geht die negative Emotion von Hass meist mit der Wahrnehmung einher, dass der andere Mensch hundertprozentig schlecht oder negativ ist, als ob das die dauerhafte und sich niemals ändernde Natur des Menschen sei, auf den unser Hass sich richtet. Das ist jedoch eine Verzerrung der Wirklichkeit. Wenn wir uns die Mühe machen und genau hinsehen, dann erkennen wir, dass jeder Mensch auch über positive Qualitäten verfügt und zudem über die Fähigkeit, sich zu verändern. Ich denke, dass hier die eigene Haltung und die Sichtweise eine wichtige Schlüsselrolle spielen. Eines ist sicher. Wie wir die Welt um uns herum und unsere Mitmenschen wahrnehmen und wie wir unsere Situation und das, was um uns herum geschieht, interpretieren, kann auf jeden Fall Auswirkungen darauf haben, wie wir auf unser Umfeld, unsere Umwelt und deren Probleme reagieren. Und das ist eine grundlegende Geisteshaltung, die meiner Meinung nach einen direkten Bezug zu unserer Fähigkeit hat, Probleme zu bewältigen und Glück zu bewahren. Wir müssen unsere Aufmerksamkeit also auf diese Ebene lenken und eine Haltung entwickeln, die uns Kraft verleiht und uns hilft, schwierige Lagen zu meistern. Eure Heiligkeit, können Sie ein paar konkretere Methoden vorschlagen, wie wir schwierige Lagen meistern können? Wie sollen wir zum Beispiel konkret vorgehen, um eine Haltung zu entwickeln, die uns Kraft verleiht? Ich sage immer und immer wieder, dass die Lösung ist, realistisch zu bleiben. Bleiben Sie realistisch. Es sieht fast so aus, als ob das beim Umgang mit Problemen mein Mantra ist. Realistischer Ansatz, realistischer Ansatz, realistischer Ansatz. Zum Beispiel habe ich mich auch in unserem Kampf für die Freiheit Tibets schon immer für einen realistischen Ansatz eingesetzt, der beinhaltet, dass wir auf eine vollständige Unabhängigkeit von China verzichten und stattdessen nach echter Autonomie streben. Es ist bekannt, dass mein Motto des realistischen Ansatzes einigen meiner tibetischen Kritiker, die auf voller Unabhängigkeit bestehen, großen Verdruss bereitet. Auf jeden Fall bildet dieser realistische Ansatz die Grundlage für die Haltungen, die am besten dafür geeignet sind, schwierige Lagen zu meistern. Das heißt, dass wir genau hinschauen und unser Bewusstsein über die Wirklichkeit der uns umgebenden Situation erweitern. Obwohl wir in der Vergangenheit diesen kritischen Punkt seines realistischen Ansatzes bereits in unterschiedlichen Zusammenhängen erörtert hatten, kam mir an diesem Morgen ein weiterer Gedanke in den Sinn, ein Einspruch, von dem ich annahm, dass er von einigen Gegnern seines Standpunktes als Gegenargument angeführt werden konnte. Daher wandte ich ein, ich bin mir nicht sicher, ob Ihnen da alle zustimmen werden. Folgender Einwand wäre denkbar. Je mehr wir uns über all die Probleme unserer Welt bewusst werden, je genauer wir die Dinge untersuchen und je realistischer unsere Betrachtungsweise wird, desto wahrscheinlicher wird es, dass wir plötzlich allerlei Probleme entdecken, über die wir uns zuvor gar nicht bewusst gewesen sind. Und vielleicht bietet unsere Gesellschaft insgesamt mehr Probleme als Lösungen. Ich bin mir nicht so sicher, ob uns dieser realistische Ansatz wirklich glücklicher und zufriedener macht oder ob er lediglich dazu führen wird, dass wir uns überwältigt, bedrückt und entmutigt fühlen. Wenn ich mir zum Beispiel Sorgen wegen der Atomwaffen mache, dann mit einem realistischen Ansatz genauer nachforsche und schließlich herausfinde, dass es in der Nähe meines Wohnortes nur so von atomaren Waffensilos wimmelt, wird mir das nicht helfen, nachts besser schlafen zu können. Oder wenn ich die Realität der globalen Erwärmung oder andere Probleme bewusst in allen Einzelheiten und Details wahrnehme, dann wird mich das eher deprimieren und kaum glücklicher machen. Das ist wiederum eine Frage der Perspektive, konterte er, und davon, die richtige Perspektive einzunehmen. Denn diese Entdeckung könnte ja auch ein Gefühl der Dringlichkeit hervorrufen und sie dazu veranlassen, sich politisch zu engagieren oder aktiv zu werden, um etwas gegen das Problem zu unternehmen. Wenn ich diesen realistischen Ansatz empfehle und dazu rate, unser Bewusstsein zu erweitern und näher an die Wirklichkeit heranzurücken, ist es wichtig, zu verstehen, was mit realistischem Ansatz gemeint ist. Ich schlage ja nicht vor, uns nur auf die Probleme der Welt zu konzentrieren und nur auf die negativen Aspekte einer Situation. Das ist nur ein Teil der Wirklichkeit. Ein wirklich realistischer Ansatz berücksichtigt alle Facetten und Gesichtspunkte einer Situation und das schließt sowohl gute als auch schlechte ein. Das Leben besteht immer aus Problemen, aber auch aus guten und schönen Momenten. Die wesentliche Grundlage für die Entwicklung dieses realistischen Ansatzes ist daher, die Dinge aus einer umfassenderen Perspektive zu sehen. Wenn Sie genau analysieren und untersuchen, werden Sie feststellen, dass es viele Wege gibt, ein Problem zu betrachten. Statt nur auf die unmittelbaren Umstände zu schauen, kann es beispielsweise manchmal hilfreich sein, eine Langzeitperspektive einzunehmen. Einsicht in die Natur des Geistes zu gewinnen und die Welt der Phänomene angemessen zu verstehen, für unsere Suche nach Glück ist beides unerlässlich. Wenn der Geist die Natur der Dinge völlig missversteht und die entsprechenden Sichtweisen aufrechterhält, wird er sich schwerlich dahingehend wandeln können, dass er schließlich die Erfahrung von Freiheit macht. Eine korrekte Sicht zu entwickeln ist keine Frage des Glaubens oder des Festhaltens an einem Dogma, sondern eine Frage klarer Einsicht. Diese stützt sich auf eine korrekte Analyse der Wirklichkeit. Somit wird der Glaube an eine Eigenexistenz der Phänomene, auf dem unsere falsche Weltsicht basiert, nach und nach in Frage gestellt und kann schließlich einer angemessenen Sicht der Dinge weichen. Der 14. Dalai Lama Die Natur des Geistes und die Meditation Die noch immer revolutionäre Einsicht des Buddhismus lautet, Leben und Tod sind im Geist und nirgendwo sonst. Der Geist ist die universelle Basis aller Erfahrung, der Schöpfer von Glück und Unglück, der Schöpfer auch dessen, was wir Leben und Tod nennen. Es gibt verschiedene Aspekte des Geistes. Die beiden wichtigsten möchte ich hier vorstellen. Der erste ist der gewöhnliche Geist, im tibetischen Sem genannt. Ein Meister definierte diese Ebene folgendermaßen. Das, was unterscheidendes Gewahrsein besitzt, was Dualität erlebt, etwas Äußeres ergreift oder abweist, ist der Geist. Er ist das, was sich mit etwas Anderem verbindet, mit Etwas, das als getrennt vom Wahrnehmenden erfahren wird. Sem ist der diskursive, dualistische, denkende Geist, der nur in Verbindung mit projizierten und falsch wahrgenommenen äußeren Bezugspunkten funktionieren kann. Sem ist also der Geist, der denkt, plant, begehrt, manipuliert, der im Zorn auflodert, der Wogen von negativen Gedanken und Emotionen erschafft, in ihnen schwelgt und fortwährend seine eigene Existenz beweisen, sichern und bewerten muss, indem er Erfahrung fragmentiert, konzeptualisiert und verfestigt. Der gewöhnliche Geist ist die unbeständige und widerstandslose Beute äußerer Einflüsse, gewohnheitsmäßiger Tendenzen und Konditionierungen. Die Meister vergleichen Sem mit einer Kerzenflamme in einem offenen Durchgang, allen Winden der Umstände hilflos ausgeliefert. Aus einem bestimmten Blickwinkel betrachtet ist Sem flackernd, instabil, greifend und ständig mit Nebensächlichkeiten und Interpretationen beschäftigt. Seine Energie wird verzehrt durch das Projizieren nach außen. Mir kommt er manchmal vor wie eine mexikanische Springbohne oder wie ein Affe, der ruhelos von Ast zu Ast hüpft. Von einer anderen Warte aus gesehen besitzt der gewöhnliche Geist allerdings eine unechte, dumpfe Stabilität, eine selbstgefällige und sich selbst schützende Trägheit, die bleierne Ruhe eingefahrener Gewohnheiten. Sem ist so durchtrieben wie ein verlogener Politiker, skeptisch, misstrauisch, meisterhaft in Betrügerei und Arglist, genial wie Jamyang Kienze schrieb im Spiel der Täuschung. In der Erfahrung dieses chaotischen, verwirrten, undisziplinierten und sich ständig wiederholenden Sem, dem gewöhnlichen Geist, durchleben wir wieder und wieder Wandel und Tod. Es gibt aber auch die wahre Natur des Geistes, seine innerste Essenz, die von Wandel und Tod ganz und gar unberührt bleibt. Zurzeit liegt sie in unserem eigenen gewöhnlichen Geist, in Sem, verborgen, ist verhüllt und verdeckt von der mentalen Geschäftigkeit unserer Gedanken und Emotionen. Aber so wie Wolken von einem starken Wind davon geblasen werden können und die strahlende Sonne und den weit offenen Himmel enthüllen, so kann unter gewissen Umständen eine besondere Inspiration Einblicke in diese Natur des Geistes auslösen. Diese Einblicke sind von unterschiedlicher Tiefe und haben viele Gerade, aber jeder erhält unser Verständnis und bringt mehr Sinn und Freiheit. Das ist möglich, weil die Natur des Geistes der Ursprung des Verstehens selbst ist. Auf Tibetisch heißt diese Natur des Geistes Rigpa. Ursprüngliches, reines, makelloses Gewahrsein, das gleichzeitig intelligent, erkennend, strahlend und stets wach ist. Man könnte es das Wissen des Wissens selbst nennen. Wir dürfen aber keinesfalls den Fehlermachen anzunehmen, dass die Natur des Geistes sich ausschließlich auf unseren Geist beschränkt. Tatsächlich ist sie die Natur von allem. Es kann nicht oft genug betont werden. Die Natur des eigenen Geistes erkennen bedeutet, die Natur von allem zu erkennen. Heilige und Mystiker aller Zeiten haben ihre Erkenntnisse und Verwirklichung mit verschiedenen Namen geschmückt, ihnen viele Gesichter und Interpretationen verliehen, aber alle erfahren gleichermaßen die essentielle Natur des Geistes. Christen und Juden nennen sie Gott, Hindus nennen sie das Selbst, Shiva, Brahman und Vishnu, Sufi-Mystiker nennen sie die verborgene Essenz und Buddhisten Buddha-Natur. Im Herzen aller Religionen liegt die Gewissheit, dass es eine grundlegende Wahrheit gibt und dass dieses Leben eine geheiligte Möglichkeit ist, sich zu entwickeln und diese Wahrheit zu erkennen und zu verwirklichen. Eine der Hauptschwierigkeiten bei dem Versuch, den eigenen Geist zu untersuchen, ist die tiefe, vielfach unbewusste Überzeugung, man sei nun einmal so, wie man ist und daran könne man nichts ändern. In meiner Kindheit habe ich diese Art von sinnlosem Pessimismus selbst empfunden und während meiner Reisen um die Welt habe ich ihn oft bei anderen Menschen wahrgenommen. Jeder Versuch, sich zu ändern, wird durch die Vorstellung, der Geist sei etwas Starres, von Grund auf verhindert. Vielfach sind wir uns dessen nicht einmal bewusst. Meditation über die Natur des Geistes Was kann der Geist, wenn er sich selbst untersucht, über die eigene Natur in Erfahrung bringen? Als erstes wird er die in großer Zahl aufeinander folgenden Gedanken bemerken, die uns, ob wir wollen oder nicht, durch den Kopf gehen und unseren Empfindungen, unserer Fantasie, unseren Erinnerungen und Zukunftsprojektionen Nahrung liefern. Aber zeigt sich da nicht zugleich eine lichte, eine strahlende Qualität des Geistes, die unsere Erfahrung, welcher Art sie auch sein mag, erhält? Dies ist das allem, jedem Gedanken zugrunde liegende Erkenntnisvermögen, der Teil, der in der Wut die Wut sieht, ohne selbst Wut zu sein oder sich in diese verstricken zu lassen. Diese einfache, erwachte Präsenz, die auch in Abwesenheit von Begriffen, Vorstellungen und sonstigen Gedankengebilden wahrnehmbar bleibt, kann reines Gewahrsein genannt werden. Wenn unsere Gedanken zur Ruhe kommen, so zeigt sich in der Meditationspraxis, können wir einige Momente in der unbegrifflichen Erfahrung dieses reinen Gewahrseins verweilen. Diesen allem zugrunde liegenden, von den Schleiern der Verwirrung freien Aspekt des Bewusstseins bezeichnet man im Buddhismus als Natur des Geistes. Gedanken tauchen aus dem reinen Gewahrsein auf und verschwinden wieder darin, so wie die Wellen sich aus dem Ozean erheben und wieder in ihm aufgehen, ohne jemals etwas anderes gewesen zu sein als der Ozean selbst. Sich darüber klar zu werden, ist unerlässlich, wenn man sich von den durch Gewohnheit geprägten Gedanken Mustern, die Leid nach sich ziehen, frei machen will. Sich der allem zugrunde liegenden Natur des Bewusstseins vergewissern und in ihr verweilen zu können, in einem nicht-dualen, unbegrifflichen, von Vorstellung und freien Zustand, ist eine wesentliche Bedingung für inneren Frieden und die Befreiung von Leid. Ein friedvoller Geist ist nicht gleichbedeutend mit einem Geist ohne Gedanken, Wahrnehmungen und Empfindungen. Ein friedvoller Geist ist kein abwesender Geist. Tic Nathan Geistesruhe Durch Meditation soll der Geist von Unwissenheit und Leid befreit werden. Dazu bedarf es eines systematischen Vorgehens, um den Geist von den Schleiern, die ihn trüben, zu befreien. Dem Geist selbst fällt diese Aufgabe zu, deshalb vergewissern wir uns als erstes, ob er dazu fähig ist. Wenn er nicht einen einzigen Moment lang ruhig zu bleiben vermag, wie könnte er sich dann von der Unwissenheit befreien? Unsere Gedankenmuster, aufrecht erhalten durch Neigungen und Gewohnheiten, ferner durch Zerstreutheit und all die Begriffsbildungen, welche die Wirklichkeit verzerren, hindern uns ebenfalls daran, dieses Ziel zu erreichen. Darum ist es notwendig, diese Widrigkeiten aus dem Weg zu räumen. Den Geist zu meistern bedeutet nicht, ihm weitere Einschränkungen aufzuerlegen, durch die er nur noch engstirniger und angespannter werden würde. Er soll, ganz im Gegenteil, von der Beeinflussung durch die von unseren Gedanken und Emotionen genährten Konditionierungen und inneren Konflikte befreit werden. Um die wahre Natur des Geistes erkennen bzw. erfahren zu können, ist es also unerlässlich, die von unseren Denkmustern hinterlassenen Schleier abzustreifen, die Trübungen zu klären. Wie soll das gehen? Nehmen wir einmal an, ein Schlüssel sei uns in einen See gefallen. Wenn wir, um ihn zu finden, einen Stock nehmen und den Schlamm aufwühlen, wird das Wasser völlig trübe und wir haben keine Chance mehr, den Schlüssel wiederzufinden. Zuerst sollten wir also zulassen, dass das Wasser sich klärt, bis es durchsichtig geworden ist. Danach wird man den Schlüssel leichter sehen und ihn herausholen können. Ebenso geben wir dem Geist Anfangs Gelegenheit, klar, ruhig und achtsam zu werden. Anschließend können wir uns diese neuen Eigenschaften zunutze machen, um weitere Qualitäten wie selbstlose Liebe und Mitgefühl zu entwickeln und eine tiefgehende Einsicht in die Natur des Geistes zu gewinnen. Damit wir an dieses Ziel gelangen können, lehren alle buddhistischen Schulrichtungen zwei grundlegende und wechselseitig sich ergänzende Übungen. Geistesruhe auf Sanskrit Shamatha und Einsichtsmeditation auf Sanskrit Vipashyana. Von der letztgenannten Übung wird später eingehender die Rede sein. Shamatha bezeichnet einen zur Ruhe gekommenen, klaren Geisteszustand, in dem die Aufmerksamkeit sich vollkommen unabgelenkt auf das jeweilige Objekt richtet. Vipashyana bezeichnet die alles durchdringende Einsicht in die Natur des Geistes und zugleich in die Natur der Phänomene. Zu ihr gelangt man, indem man das Bewusstsein genauestens analysiert, um anschließend wieder zur Kontemplationspraxis, zur inneren Erfahrung zurückzukehren. Durch Vipashyana lassen sich die Illusionen aufdecken, so dass man nicht länger den aufwühlenden Emotionen anheim fällt. Schamata bereitet also das Terrain vor, indem es den Geist zu einem leistungsfähigen, präzisen und gut zu handhabenden Werkzeug macht. Vipashyana befreit indessen den Geist vom Joch der verstörenden, Kummer, Leid und Verwirrung stiftenden Einflüsse und von den Schleiern der Unwissenheit. Meist ist unser Geist Unstät, launisch unbeherrscht, hin- und hergerissen zwischen Hoffnung und Furcht, egozentrisch, zögerlich, zerstreut und verzettelt, verwirrt, mitunter abwesend und durch innere Widersprüche oder ein Gefühl der Unsicherheit geschwächt. Außerdem begehrt er auf, gegen jeden Versuch, ihn zu bändigen oder ihn zu schulen, und ist ständig mit innerem Geplapper beschäftigt, das, und selbst kaum bewusst, für ein permanentes Hintergrund Geräusch ein Grundrauschen sorgt. Diese Funktionsstörung rührt einzig und allein vom Geist selbst her. Logischerweise kann daher auch nur er selbst für Abhilfe sorgen. Diesem Ziel dient die Praxis von Shamatha und Vipashjana. Um unsere Fähigkeit zu innerer Sammlung zu erhöhen, stützen wir uns auf etwas, worauf wir ansonsten nur selten achten. Auf das Kommen und Gehen des Atems. Im Allgemeinen sind wir uns, sofern wir nicht gerade vor Anstrengung außer Atem geraten, ihn anhalten oder tief durchatmen, um frische Luft in die Lungen strömen zu lassen, der Atmung kaum jemals bewusst. Dabei ist Atmen fast gleich bedeutend mit Am Leben sein. Da wir unablässig atmen, verfügen wir, indem wir uns zum Zweck der inneren Sammlung auf das Ein- und Ausströmen des Atems stützen, über ein wertvolles, da jederzeit zugängliches Hilfsmittel und obendrein über einen Bezugspunkt, anhand dessen wir feststellen können, ob wir gesammelt oder zerstreut sind. Behandelt euer Verlangen auf folgende Weise. Werdet des Gedankens bzw. der Empfindung gewahr, sobald sie auftauchen. Nehmt zugleich den mit dem Verlangen einhergehenden Zustand des Geistes als etwas von diesem sich Unterscheidendes wahr. Werdet euch über das Ausmaß dieses Verlangens klar. Dann beobachtet, wie lange es andauert und wann es schließlich verschwindet. Wenn ihr das getan habt, lenkt eure Aufmerksamkeit auf die Atmung. Bante Hinepola Gunaratna Verlangen erkennen Erkunden sie eine Woche lang die vielfältigen Verkleidungen in denen Verlangen in ihrem Leben auftritt. Nehmen sie sich am Morgen bei ihrer Achtsamkeitsübung im Bett vor, heute werde ich im Laufe des Tages mindestens dreimal deutlich hinspüren und benennen, wie sich Verlangen in mir zeigt. Erforschen sie, wie fühlt sich ein zartes oder ein brennendes Verlangen im Körper an. Welche Emotionen begleitet das Verlangen? Welche Gedanken gehören dazu? Rufen sie sich abends vor dem Einschlafen noch einmal ins Gedächtnis, was sie tagsüber erkannt haben. Welche Formen des Verlangens tauchten bei ihnen auf? Versuchen sie, ihr Verlangen nicht zu bewerten, sondern einfach nur festzustellen, so ist es. Wenn ihnen das simple Erkennen des Begehrens einfach erscheint, können sie sich weiter herausfordern. Eine Möglichkeit, die Aufmerksamkeit zu schärfen, besteht darin, den Vorgang des Verlangens in drei Abschnitte zu unterteilen. Wenn sie im Tagesablauf erkennen, dass durch einen bestimmten Reiz bei ihnen Verlangen ausgelöst wird, zum Beispiel sehen sie beim Konditor die Erdbeeren auf der Sahnetorte, dann unterscheiden sie erstens den auslösenden Reiz und die Sofortreaktion, das Wasser läuft ihnen im Mund zusammen, die Hand greift nach dem Geldbeutel, zweitens den Höhepunkt des Begehrens, sie stehen wie angenagelt vor dem Schaufenster und drittens das Abklingen und Ende des Begehrens. Sie gehen schnell weiter, die Augen sind schon wieder abgelenkt durch andere Farben und Formen oder sie kaufen und essen den Kuchen und spüren die Wirkung im Magen. Wenn dieses Leben, geschlagen vom Wind der tausend Übel, weitaus unbeständiger ist als eine auf dem Wasser schwimmende Luftblase, welch ein Wunder ist es da, dass ich, nachdem ich geschlafen habe, weiterhin ein- und ausatmend munter wieder erwache. Naga Juna Unser Leben ist ein Kunstwerk. Nach einem Retreat im Süden Kaliforniens fragte mich ein Künstler, wie muss ich eine Blüte betrachten, damit ich aus ihr das Beste für meine Kunst herausholen kann. Ich antwortete, wenn du die Blüte ansiehst, kannst du nicht in Fühlung mit ihr sein. Lass all deine Vorhaben fahren, damit du mit der Blüte sein kannst, ohne sie auszubeuten oder etwas von ihr haben zu wollen. Derselbe Künstler meinte auch, wenn ich mit Freunden bin, möchte ich von ihm oder ihr etwas profitieren. Natürlich möchten wir von Freunden profitieren, aber Freunde sind mehr als etwas, was uns Nutzen bringt. Mit Freunden zu sein, ohne daran zu denken, sie um Unterstützung, Hilfe oder Rat zu bitten, ist eine Kunst. Es ist schon fast eine Gewohnheit geworden, bei allem nur darauf zu achten, ob wir etwas davon haben werden. Wir bezeichnen das als nüchterne oder pragmatische Betrachtungsweise und reden davon, dass sich die Wahrheit auszahlen wird. Wenn wir meditieren, um zur Wahrheit vorzudringen, wird es sich für uns anscheinend auszahlen. In der Meditation halten wir inne und sehen genau hin, wir halten inne, um einfach da zu sein, um mit der Welt und uns selbst zu sein. Wenn wir fähig zum Innehalten sind, beginnen wir zu sehen und wenn wir sehen können, verstehen wir auch. Die Früchte dieses Prozesses sind Frieden und Glück. Wir sollten lernen, die Kunst des Innehaltens zu meistern, um wirklich mit unseren Freunden ganz mit der Blüte sein zu können. Wie können wir Elemente des Friedens in eine Gesellschaft bringen, die sich so sehr daran gewöhnt hat, nur auf ihren Profit zu starren? Wie kann unser Lächeln die Quelle der Freude sein und nicht bloß ein diplomatischer Schachzug? Wenn wenn wir uns selbst zulächeln, hat dieses Lächeln nichts mit Diplomatie zu tun. Es zeigt, dass wir wir selbst sind, dass wir in uns selbst ganz und gar souverän sind. Können wir ein Gedicht über das Inhalten, die Absichtslosigkeit, das einfache Sein schreiben? Können wir oder eine Malerei, sofern wir es mit Achtsamkeit tun? Salatpflanzen ist Dichten, der Besuch im Einkaufszentrum kann eine Malerei sein. Wenn wir uns keine Gedanken darüber machen, ob etwas ein Kunstwerk ist oder nicht, wenn wir jeden Augenblick gelassen und achtsam handeln, ist jede Minute unseres Lebens ein Kunstwerk. Wir sind schöpferisch, auch wenn wir nicht malen oder schreiben. Wir sind reich an Schönheit, an Freude und Frieden und wir machen das Leben für viele Menschen schöner. Manchmal, wenn wir über Kunst sprechen, empfiehlt es sich, das Wort Kunst gar nicht zu verwenden. Sofern wir nur bewusst und mit uns selbst eins handeln, wird unsere Kunst blühen und wir brauchen überhaupt nicht darüber zu reden. Wenn wir wissen, wie wir Frieden sein können, entdecken wir, dass die Kunst ein wunderbarer Weg ist, unsere Friedfertigkeit mit anderen zu teilen. Der künstlerische Ausdruck wird sich auf diese oder jene Weise einstellen. Was jedoch wesentlich ist, ist das Sein. Wir müssen also zu uns selbst zurückkehren und wenn in uns Freude und Frieden sind, werden unsere künstlerischen Schöpfungen ganz natürlich sein und etwas Positives zur Welt bringen. Die Zeit ist gekommen, den Hass von seinen üblichen Zielen euren vermeintlichen Feinden abzuwenden und auf ihn selbst zu richten. In Wirklichkeit ist der Hass euer wahrer Feind. Ihn solltet ihr vernichten. Kienze Rinpoche Achant Scha nannte die Praxis des versöhnlichen Herzens den Krieg beenden. Er unterstrich immer wieder, dass wir doch ständig im Kampf mit der Welt liegen, ständig gegen das Ankämpfen, was wir als falsch empfinden, als zu lang, zu kurz, zu schnell oder zu langsam. Diesem Kampf stellen wir uns mit ungeheurem Mut. Wie wäre es, wenn ihr den Kampf einfach sein lasst, pflegte er zu Fragen und lud uns damit ein, im versöhnlichen Herzen zu ruhen. Das Gegenteil von Aggression ist nämlich keineswegs passives Erdulden, sondern wahre Stärke. Wenn wir den Sinn für unseren angeborenen Edelmut verloren haben, glauben wir fälschlicherweise an unsere Schwäche und unsere Angst. Wir versuchen durch Hass und Aggression unsere Stärke zurückzugewinnen. Wenn wir uns von der Aggression verabschieden, kommt unsere wahre Stärke wieder, eine natürliche Furchtlosigkeit, der Mut, sich mit unserem Leiden und Ängsten auseinanderzusetzen und ohne Hass darauf zu reagieren. Martin Luther King Junior nannte diese unerschütterliche Stärke die Kraft der Seele. Im alten Griechenland war Zorn ein Aspekt des Edelmuts. Der zornige Krieger stand ein für das, was richtig war. Er kämpfte gegen Ungerechtigkeit. Versöhnlichkeit bedeutet, dass unser liebendes Herz voller Mut ist. Denn schon Mahatma Gandhi erkannte, Gewaltlosigkeit fordert mehr Mut als Gewalt. Wahre Stärke entscheidet sich selbst in Momenten größter Gefahr für die Liebe. Martin Luther King Junior bewies die Kraft der Liebe, als er in seinen dunkelsten Stunden immer wieder mahnte, wir werden dem Leiden mit der Kraft der Seele begegnen. Eben diese Kraft brauchen Palästinenser und Israeli, Protestanten und Katholiken in Nordirland, um endlich den Teufelskreis der Gewalt zu durchbrechen. Sie werden all ihren Mut brauchen, um das Leid der anderen zu fühlen, um deren Angst vor der Vernichtung, vor dem Verlust von Land, Kultur und Würde zu begreifen. Doch solange sie ihrem Schmerz und ihrer Angst nicht weise begegnen können, wird sich das Rad des Hasses weiter drehen. Wahre Stärke verleiht auch Klarheit, als wäre sie ein Schwert, das die Schleier der Illusion durchtrennt. Dies nennt man die unterscheidende Weisheit. Wenn wir uns nicht in den Schlingen von Kampf und Schuldzuweisung verfangen, sehen wir die Dinge, wie sie wirklich sind. Wenn nötig, können wir stolz und stark sein, wir können das Schwert der Klarheit schwingen, frei von Wut sprechen wir furchtlos die Wahrheit. Und da wir frei von allem Übelwollen sind, dient unser Handeln dem Wohl aller. Fälschlicherweise glauben wir heute, dass Ärger und Hass unvermeidlich sind. Die buddhistische Psychologie zeigt uns einen anderen Weg auf. Wir können durchaus mit versöhnlichem Herzen in dieser Welt leben. Wir können den Mut finden, nicht nachzugeben, uns nicht zurückzuziehen, nicht und Wut um uns zu schlagen. Wenn wir Wut und Hass umgewandelt haben, können wir die Wahrheit sagen und für Gerechtigkeit eintreten. Wir ruhen in unserem weisen Herzen und werden für alle Wesen zur Lampe, zur Arznei, zur befreienden Gegenwart. Überlassen wir uns dem Hass, kommt nicht unbedingt unser Feind zu Schaden, aber mit Sicherheit schaden wir uns selbst. Wir büßen unseren inneren Frieden ein, machen nichts mehr richtig, haben eine schlechte Verdauung, keinen erholsamen Schlaf, eine abschreckende Wirkung auf diejenigen, die uns besuchen kommen und werfen denen, die es wagen, unseren Weg zu kreuzen, grimmige Blicke zu. Das Zusammenleben mit uns wird unerträglich, sogar unsere liebsten Da immer weniger Menschen an unserem Geschick Anteil nehmen, sind wir zunehmend allein. Wofür ist das gut? Auch wenn wir unserer Wut bis zum bitteren Ende folgen, wird es uns niemals gelingen, all unsere Feinde aus der Welt zu schaffen. Oder kennen Sie etwa jemanden, der das geschafft hätte? Selbst wenn es uns heute gelingen sollte, unsere äußeren Feinde zu vernichten, solange wir dem inneren Feind, solange wir der Wut und dem Hass Unterschlupf gewähren, werden morgen schon neue auftauchen. Der 14. Dalai Lama Eine neue Perspektive gegenüber dem Feind. Der Dalai Lama sagte, im Buddhismus wird der Haltung gegenüber Rivalen oder Feinden im Allgemeinen große Aufmerksamkeit gewidmet. Und zwar deshalb, weil Hass der größte Stolperstein bei der Entwicklung von Mitgefühl und Glück ist. Wenn sie lernen können, ihren Feinden gegenüber Geduld und Toleranz zu entwickeln, dann wird alles viel leichter. Ihr Mitgefühl mit allen anderen wird ganz natürlich zu fließen beginnen. Daher spielen die eigenen Feinde für spirituell Praktizierende eine wichtige Rolle. Meiner Ansicht nach ist Mitgefühl die Essenz eines spirituellen Lebens. Und um bei der Entwicklung von Liebe und Mitgefühl erfolgreich zu sein, ist die Praxis von Geduld und Toleranz unverzichtbar. Es gibt keine innere Kraft, die der Geduld gleichkäme. Ebenso wie es keine schlimmere Heimsuchung als den Hass gibt. Deshalb sollten wir uns nach besten Kräften bemühen, keinen Hass gegenüber unserem Feind zu hegen, sondern die Begegnung mit ihm vielmehr als Gelegenheit zur Vertiefung der eigenen Geduld und Nachsicht nutzen. Die Auseinandersetzung mit dem Feind ist eine notwendige Voraussetzung zur Einübung von Geduld. Ohne das Zutun des Feindes besteht keine Möglichkeit für die Entstehung von Geduld und Nachsicht. Unsere Freunde stellen uns gewöhnlich nicht nicht auf die Probe und bieten uns keine Gelegenheit Geduld zu kultivieren. Nur unsere Feinde tun das. Von diesem Standpunkt aus können wir unseren Feind als großen Lehrer ansehen und ihn dafür verehren, dass er uns die kostbare Gelegenheit bietet, Geduld zu üben. Nun gibt es zwar sehr, sehr viele Menschen auf der Welt, aber relativ wenige, mit denen wir zu tun haben und noch weniger, die uns Probleme verursachen. Wenn man also auf solch eine Chance trifft, Geduld und Toleranz zu üben, sollte man ihr mit Dankbarkeit begegnen. Sie ist selten. Gerade als ob man unerwartet einen Schatz in seinem Haus gefunden hätte, sollte man sich freuen und jenen dankbar sein, die einem diese kostbare Gelegenheit bieten. Denn zeigt sich jemals ein Erfolg in unserer Praxis von Geduld und Nachsicht den entscheidenden Faktoren zur Bekämpfung negativer Emotionen, dann geht er ebenso auf das Zusammenwirken der eigenen Bemühungen wie auf die durch unseren Feind gebotene Chance zurück. Natürlich könnte man immer noch denken, wieso sollte ich meinen Feind hochschätzen? Er wollte mir gar nicht helfen, er wollte mir schaden, er hat bestimmt keinen Respekt verdient. In Wirklichkeit ist es gerade dieser hasserfüllte Geisteszustand des Feindes, seine Absicht uns zu schaden, die seine Handlung so einzigartig macht. Denn ginge es nur um den Akt der Verletzung, würden wir auch Ärzte hassen und sie als Feinde ansehen, weil sie manchmal Mittel, etwa eine Operation anwenden, die schmerzhaft sein können. Aber dennoch betrachten wir dieses Tun weder als schädigenden noch als feindlichen Akt, weil es die Intention des Arztes ist, uns zu helfen. Daher ist es genau der Vorsatz uns zu schaden, der den Feind einzigartig macht und uns die kostbare Gelegenheit gibt, Geduld zu üben. Der Vorschlag des Dalai Lama, die eigenen Feinde wegen der Gelegenheiten zum inneren Wachstum, die sie einem bieten, hoch zu schätzen, mag zunächst etwas schwer zu verdauen sein. Aber die Situation ist damit vergleichbar, dass jemand versucht, durch Gewichtheben seinen eigenen Körper zu formen und zu stärken. Man müht sich ab, schwitzt und kämpft. Dennoch dennoch ist es gerade der Akt, gegen einen Widerstand anzukämpfen, der letztlich unsere Kraft erhöht. Man schätzt eine gute Ausstattung an Gewichten nicht, weil sie für unmittelbares Vergnügen sorgt, sondern wegen des Nutzens, den man am Ende daraus zieht. Vielleicht sind sogar die Behauptungen des Dalai Lama hinsichtlich der Seltenheit und Kostbarkeit des Feindes nicht nur merkwürdige Rationalisierungen. Im Grunde kämpfen die meisten Menschen nicht gegen Legionen von Feinden. Gewöhnlich ist ihre Abneigung auf wenige Personen beschränkt, vielleicht auf einen Chef oder einen Kollegen, einen früheren Partner, einen Bruder oder eine Schwester. So gesehen ist der Feind wirklich selten und unser Nachschub begrenzt. Es ist der Kampf, der Prozess, den zu lösen, durch Lernen, Untersuchen und Auffinden alternativer Wege zum Umgang mit ihm, der letztlich zu wahrem Wachstum, Einsicht und einem erfolgreichen Ergebnis führt. Man stelle sich vor, wie es wäre, wenn wir durchs Leben gingen und dabei niemals auf einen Feind oder auf andere Hindernisse treffen würden. Das mag zunächst gut klingen. Für die ersten Lebensmonate ist es auch angemessen. Aber würde es andauern, könnte es nur dazu führen, dass wir zu einer galärtartigen Masse, einem Monstrum würden, mit dem geistigen und emotionalen Entwicklungsstand von Kalbfleisch. Es ist gerade der Lebenskampf, der uns zu dem macht, was wir sind. Und es sind unsere Feinde, die uns prüfen und uns den zum Wachstum nötigen Widerstand liefern. In dem Versuch, ihm zu entkommen, stürzen wir uns ins Leid. Wir streben zwar nach Glück, aufgrund unserer Unwissenheit zerstören wir es jedoch, als sei es unser Feind. Shantideva Die Ursachen des Leids verstehen Nachdem wir eine feste Entschlossenheit entwickelt haben, unsere destruktiven Gefühle ernsthaft anzugehen, können wir uns ihren Ursachen zuwenden. Woher kommen diese störenden Gefühle? Nun ja, könnten wir antworten, sie kommen von der Welt, in der wir leben und von anderen, die uns Unrecht zufügen. Diese Reaktion, äußere Bedingungen für unsere Probleme verantwortlich zu machen, ist ganz natürlich, vor allem, wenn wir es nicht gewohnt sind, den geistigen Vorgängen in uns Beachtung zu schenken. Wir neigen dazu, den Störenfried außerhalb von uns zu suchen. Wenn wir uns jedoch eingehender damit befassen, stellen wir fest, dass der wahre Störenfried in uns selbst zu finden ist. Unsere eigentlichen Feinde sind unsere destruktiven Neigungen. Denn wenn die eigentliche Ursache unserer Probleme in äußeren Umständen liegen würde, dann müssten auch zehn Menschen, die mit der gleichen äußeren Situation konfrontiert sind, in übereinstimmender Weise auf sie reagieren. Dass dies nicht der Fall ist, wissen wir. Wie wir emotional auf eine gegebene Situation reagieren, hängt weitestgehend von unserer eigenen Perspektive, unserer inneren Einstellung und unseren emotionalen Gewohnheiten ab. Wenn wir als Schritt hin zur Entwicklung eines ruhigen Geistes lernen wollen, unsere Gefühle bis zu einem gewissen Grad zu beherrschen, setzt das voraus, dass wir an die Welt und die Probleme, die sich uns stellen, mit Bedacht und vor allem mit realistischem Blick herangehen. Nehmen wir beispielsweise die Wut. Nützt es je etwas, wenn wir wütend werden? Können wir, wenn wir einen feindseligen Nachbarn haben, der uns ständig provoziert, das Problem lösen, indem wir wütend werden? Mehr noch, wenn wir zulassen, dass Wut und Feindseligkeit in uns brodeln, so zehrt das auf Dauer an uns, verdirbt uns die Laune, beeinträchtigt unseren Schlaf und sogar unseren Appetit. Und wenn das passiert, hat unser feindseliger Nachbar tatsächlich so etwas wie einen Sieg davon getragen. Wer sich so verhält, ist ein Narr, denn er quält sich selbst. Wenn es uns dagegen gelingt, unsere geistige Ruhe zu bewahren, ein normales Leben zu führen und vor allem unseren sozialen Verpflichtungen weiter nachzukommen, können wir viel besser entscheiden, welches der richtige Weg ist, um mit solchen Situationen umzugehen. Tatsache ist, dass uns im Zustand innerer Erregung kaum etwas richtig gelingt. Selbst einen Nagel gerade in die Wand zu schlagen, kann dann zum Problem werden. Durch Nachdenken beginnen wir also zu verstehen, dass es falsch ist, die Ursache unserer störenden Gefühle ausschließlich der Menschen zu sehen, die sie in uns auslösen. Wenn wir ein wenig Abstand nehmen und uns Zeit zum Nachdenken lassen, stellen wir fest, dass unser Ärger und unsere Frustration im Grunde ziemlich realitätsfern und gemessen an der Situation oft reichlich übertrieben sind, auch wenn unser Groll eine gewisse Berechtigung haben mag. Möglicherweise stellen wir auch fest, dass sich diese störenden Gefühle immer wieder einstellen, nicht nur als Reaktion auf äußere Faktoren, sondern auch, weil sie zu einer Art emotionaler Gewohnheit für uns geworden sind. Wenn wir anfangen, die Dinge aus dieser Perspektive zu betrachten, können wir allmählich auch erkennen, dass sich destruktive Gefühle automatisch ausweiten. Je mehr wir uns ihnen überlassen, umso stärker werden sie. Um solche destruktiven, sich selbst verstärkenden Gefühle in realistischer Weise anzugehen, müssen wir unsere Aufmerksamkeit auf unsere geistigen Gewohnheiten richten. Statt anderen und der Welt, die uns umgibt, die Schuld zu geben, sollten wir erst einmal in unser eigenes Inneres schauen. Indem wir unser Leben lang weltlichen Zielen hinterherlaufen, Vergnügung, Gewinn, Lob, Ruhm und so weiter, vergeuden wir unsere Zeit wie ein Fischer, der seine Netze in einem trockenen Flussbett auslegt. Vergesst das nicht und gebt Acht, dass ihr euch nicht ein Leben lang im Streben nach nichtigen Dingen aufreibt. Dilgo Kienze Rinpoche Der unbefriedigende Charakter der gewöhnlichen Welt Unsere Situation, so haben wir gesehen, ist alles andere als befriedigend. Und uns innerlich zu wandeln, ist nicht nur wünschenswert, sondern auch möglich. Sicherlich können wir, um die unbefriedigenden Aspekte unseres Daseins zu vergessen, in vielerlei Ablenkungen und Zerstreuungen flüchten. Oder wir können versuchen, diese Unzufriedenheit zu kaschieren, sie hinter einer attraktiv und interessant anmutenden Fassade zu verstecken, beispielsweise hinter nicht enden wollenden Aktivitäten, einer Flut von Sinneserfahrungen oder dem Streben nach Reichtum, Macht und Ruhm. Die Wirklichkeit und mit ihr das Leid wird dahinter jedoch immer wieder zum Vorschein kommen. Darum sollten wir besser der Wirklichkeit ohne Umschweife ins Auge schauen und den Entschluss fassen, die wahren Ursachen des Leids von Grund auf zu beseitigen, während wir zugleich die Ursachen wahren Glücks kultivieren. Vergegenwärtigt euch, dass Gedanken nur das Ergebnis der flüchtigen Verbindung einer Vielzahl von Faktoren sind. Sie existieren nicht von sich aus. Deshalb erkennt, sobald sie auftauchen, die wahre Natur der Gedanken. Leerheit. Unverzüglich werden sie die Macht verlieren, andere Gedanken nach sich zu ziehen. Somit wird die Kette der Täuschung unterbrochen. Erkennt die Leerheit der Gedanken und entlast sie in die natürliche Klarheit des lichten und unveränderten Geistes. Wenn ein Sonnenstrahl auf einen Kristall trifft, strahlt Licht in den Farben des Regenbogens von ihm aus, leuchtend hell, doch ohne Substanz. Ebenso ungreifbar, immateriell, insubstantiell sind die Gedanken in ihrer unendlichen Vielfalt. Hingabe, Mitgefühl, Boshaftigkeit, Begierde beispielsweise. Es gibt keinen einzigen, der nicht leer, ohne eigenständige Existenz ist. Wenn ihr die Leerheit eurer Gedanken in dem Augenblick erkennen könnt, in dem sie auftauchen, werden sie vergehen. Hass und Anhaftung können den Geist dann nicht mehr erschüttern und die aufwühlenden Emotionen verschwinden von selbst. Ihr werdet keine negativen Handlungen mehr begehen und deshalb auch kein Leid mehr verursachen. Das ist letztendlicher Friede. Kienze Rinpoche Lernen mit Gedanken und Emotionen umzugehen Man hört des Öfteren der Buddhismus ganz allgemein, vor allem aber die Meditation zielten darauf ab, die Emotionen zu unterdrücken. Nun kommt es natürlich entscheidend darauf an, was man unter Emotion versteht. Wenn damit aufwühlende, verstörend wirkende Geisteszustände wie Hass und Eifersucht gemeint sind, warum sollte man sich ihrer nicht entledigen? Handelt es sich hingegen um eine kraftvolle Empfindung von selbstloser Liebe und von Mitgefühl für diejenigen, die leiden, warum sollte man diese Qualitäten dann nicht entwickeln? Darin besteht jedenfalls das Ziel von Meditation. Meditation hilft uns, Ausbrüche von bösartiger Wut oder von Eifersucht und Anwandlungen von unkontrolliertem Verlangen oder von unbegründeter Angst in den Griff zu bekommen. Sie befreit uns aus der Gewalt jener Geisteszustände, die unser Urteilsvermögen vernebeln und zur Quelle nicht enden wollender Erfahrungen von Leid werden. Da diese Geisteszustände unser Leben und das unserer Mitmenschen buchstäblich vergiften, spricht man in diesem Zusammenhang auch von Geistesgiften. Das Wort Emotion geht auf das Lateinische emovere zurück, in Bewegung setzen. Eine Emotion ist also dasjenige, was den Geist bewegt, sei es in Richtung eines schädlichen, eines neutralen oder nützlichen Gedankens. Die Emotion beherrscht den Geist und bringt ihn dazu, sich eine bestimmte Perspektive, eine gewisse Sicht der Dinge zu eigen zu machen. Statt uns zu bemühen, die Emotionen zu unterdrücken, was ohnehin vergebens wäre, versuchen wir es zu bewerkstelligen, dass sie zu unserem inneren Frieden beitragen und sind bestrebt, auf heilsame Weise über andere zu denken, mit ihnen zu reden und umzugehen. Wir sollten also vermeiden, dass wir zum Spielball der eigenen Emotionen werden. Soweit negative Emotionen auftauchen, versuchen wir sie aufzulösen, während wir die positiven nach Kräften kultivieren. Wenn ihr während der Meditation einen Klang hört oder ein Geräusch, richtet eure Aufmerksamkeit nur auf die Erfahrung des Hörens. Dies und ausschließlich dies. Kein geistiger Film, keine Vorstellung, kein innerer Dialog über das Thema, einfach nur Geräusche. Die Wirklichkeit ist von schlichter Eleganz und schnörkellos. Bante Henepola Gunaratna Geistesruhe Durch Meditation soll der Geist von Unwissenheit und Leid befreit werden. Dazu bedarf es eines systematischen Vorgehens um den Geist von den Schleiern die ihn trüben zu befreien. Dem Geist selbst fällt diese Aufgabe zu. Deshalb vergewissern wir uns als erstes, ob er dazu fähig ist. Wenn er nicht einen einzigen Moment lang ruhig zu bleiben vermag, wie könnte er sich dann von der Unwissenheit befreien? Unsere Gedankenmuster aufrecht erhalten durch Neigungen und Gewohnheiten, Ferner durch Zerstreutheit und all die Begriffsbildungen, welche die Wirklichkeit verzerren, hindern uns ebenfalls daran, dieses Ziel zu erreichen. Darum ist es notwendig, diese Widrigkeiten aus dem Weg zu räumen. Den Geist zu meistern bedeutet nicht, ihm weitere Einschränkungen aufzuerlegen, durch die er nur noch engstirniger und angespannter werden würde. Er soll, ganz im Gegenteil, von der Beeinflussung durch die von unseren Gedanken und Emotionen genährten Konditionierungen und inneren Konflikte befreit werden. Um die wahre Natur des Geistes erkennen beziehungsweise erfahren zu können, ist es also unerlässlich, die von unseren Denkmustern hinterlassenen Schleier abzustreifen, die Trübungen zu klären. Wie soll das gehen? Nehmen wir einmal an, ein Schlüssel sei uns in einen See gefallen. Wenn wir, um ihn zu finden, einen Stock nehmen und den Schlamm aufwühlen, wird das Wasser völlig trübe und wir haben keine Chance mehr, den Schlüssel wiederzufinden. Zuerst sollten wir also zulassen, dass das Wasser sich klärt, bis es durchsichtig geworden ist. Danach wird man den Schlüssel leichter sehen und 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 werden und Ebenso geben wir dem Geist Anfangs Gelegenheit, klar, ruhig und achtsam zu werden. Anschließend können wir uns diese neuen Eigenschaften zunutze machen, um weitere Qualitäten wie selbstlose Liebe und Mitgefühl zu entwickeln und eine tiefgehende Einsicht in die Natur des Geistes zu gewinnen. Damit wir an dieses Ziel gelangen können, lehren alle buddhistischen Schulrichtungen zwei grundlegende und wechselseitig sich ergänzende Übungen. Geistesruhe auf Sanskrit Shamatha und Einsichtsmeditation auf Sanskrit Vipashyana. Von der letztgenannten Übung wird später eingehender die Rede sein. Shamatha bezeichnet einen zur Ruhe gekommenen klaren Geisteszustand in dem die Aufmerksamkeit sich vollkommen unabgelenkt auf das jeweilige Objekt richtet. Vipashyana bezeichnet die alles durchdringende Einsicht in die Natur des Geistes und zugleich in die Natur der Phänomene. Zu ihr gelangt man, indem man das Bewusstsein genauestens analysiert, um anschließend wieder zur Kontemplationspraxis, zur inneren Erfahrung zurückzukehren. Durch Vipashyana lassen sich die Illusionen aufdecken, sodass man nicht länger den aufwühlenden Emotionen anheimfällt. Schamata bereitet also das Terrain vor, indem es den Geist zu einem leistungsfähigen, präzisen und gut zu handhabenden Werkzeug macht. Vipashyana befreit indessen den Geist vom Joch der verstörenden, Kummer, Leid und verwirrungstiftenden Einflüsse und von den Schleiern der Unwissenheit. Meist ist unser Geist unstät, launisch, unbeherrscht, hin- und hergerissen zwischen Hoffnung und Furcht, egozentrisch, zögerlich, zerstreut und verzettelt, verwirrt, mitunter abwesend und durch innere Widersprüche oder ein Gefühl der Unsicherheit geschwächt. Außerdem begehrt er auf, gegen jeden Versuch, ihn zu bändigen oder ihn zu schulen und ist ständig mit inneren Geplapper beschäftigt, und selbst kaum bewusst, für ein permanentes Hintergrundgeräusch ein Grundrauschen sorgt. Diese Funktionsstörung rührt einzig und allein vom Geist selbst her. Logischerweise kann daher auch nur er selbst für Abhilfe sorgen. Diesem Ziel dient die Praxis von Shamatha und Vipashjana. Um unsere Fähigkeit zu innerer Sammlung zu erhöhen, stützen wir uns auf etwas, worauf wir ansonsten nur selten achten, auf das Kommen und Gehen des Atems. Im Allgemeinen sind wir uns, sofern wir nicht gerade vor Anstrengung außer Atem geraten, ihn anhalten oder tief durchatmen, um frische Luft in die Lungen strömen zu lassen, der Atmung kaum jemals bewusst. Dabei ist Atmen fast gleich bedeutend mit am Leben sein. Da wir unablässig atmen, verfügen wir, indem wir uns zum Zweck der inneren Sammlung auf das Ein- und Ausströmen des Atems stützen, über ein wertvolles, da jederzeit zugängliches Hilfsmittel und obendrein über einen Bezugspunkt, anhand dessen wir feststellen können, ob wir gesammelt oder zerstreut sind. Im Geist auftauchende Erinnerungen an Vergangenes, diese Dinge sind endgültig vorüber. Und die Zukunft betreffende Gedanken haben noch keinerlei Realität angenommen. Der in der Gegenwart verweilende Geist bleibt, da er weder Form noch Farbe hat, ungreifbar, substanzlos wie der Raum, schemenhaft, unbestimmt. So wird ersichtlich, daß der Geist bar jeder konkreten Existenz ist. Atisha Dipamkara Vergangenheit und Zukunft liegen beide in der Gegenwart. Wenn wir an die Vergangenheit denken, steigen vielleicht Gefühle des Bedauerns oder der Scham in uns auf. Wenn wir an die Zukunft denken, kommen vielleicht Wünsche oder Ängste hoch. Aber all diese Gefühle steigen im gegenwärtigen Augenblick auf und sie alle wirken sich auf den gegenwärtigen Augenblick aus. Und meist machen sie uns weder glücklich noch bringen sie uns Freude. Wir müssen lernen, uns diesen Gefühlen zu stellen. Das Wichtigste, was wir erkennen müssen, die Vergangenheit als auch die Zukunft in der Gegenwart liegen und dass wir, wenn es uns gelingt, den gegenwärtigen Augenblick bewusst zu leben, gleichzeitig die Vergangenheit und die Zukunft umwandeln. Wie können wir die Vergangenheit umwandeln? Vielleicht haben wir in der Vergangenheit etwas gesagt oder getan, was zerstörerisch oder verletzend war, und nun bedauern wir es. In der buddhistischen Psychologie ist Bedauern eine unbestimmte Emotion. Das heißt, dass sie sowohl konstruktiv als auch destruktiv sein kann. Wenn wir wissen, dass etwas, was wir gesagt oder getan haben, jemanden verletzt hat, kann uns dies reumütig stimmen und wir geloben, in Zukunft denselben Fehler nicht noch einmal zu machen. In diesem Fall haben unsere Gefühle des Bedauerns eine heilsame Wirkung. Wenn jedoch das Gefühl des Bedauerns uns verfolgt, wenn es uns daran hindert, uns auf irgendetwas anderes zu konzentrieren und allen Frieden und jede Freude aus unserem Leben vertreibt, dann hat das Gefühl des Bedauerns eine destruktive Wirkung. Wenn Bedauern destruktiv wird, sollten wir zunächst einmal unterscheiden, ob die Ursache in dem liegt, was wir gesagt oder getan haben, oder in dem, was wir zu tun oder zu sagen, unterlassen haben. Wenn wir in der Vergangenheit etwas Zerstörerisches gesagt oder getan haben, können wir dies einen Ausführungsfehler nennen. Wir haben etwas mit mangelnder Achtsamkeit gesagt oder getan, und es hat jemanden verletzt. Manchmal begehen wir einen Unterlassungsfehler. Wir verletzten dadurch, dass wir nicht taten oder sagten, was zu tun oder zu sagen war, und dies hat zu Bedauern und Trauer geführt. Unser Mangel an Achtsamkeit war da, und seine Ergebnisse sind immer noch gegenwärtig. Unser Schmerz, unsere Scham und unser Bedauern sind ein wichtiger Teil dieses Ergebnisses. Wenn wir die Gegenwart eingehend betrachten und verstehen, können wir sie umwandeln. Wir tun dies durch Achtsamkeit, Entschlossenheit, Rechtes Handeln und Rechte Rede. All dies findet im gegenwärtigen Augenblick statt. Wenn wir so die Gegenwart umwandeln, verwandeln wir auch die Vergangenheit und bauen gleichzeitig an der Zukunft. Wenn wir sagen, alles sei verloren, alles sei bereits zerstört, oder das Leiden sei ja bereits geschehen, sehen wir nicht, dass die Vergangenheit zur Gegenwart geworden ist. Selbstverständlich ist das Leiden schon verursacht und die Wunde dieses Leidens berührt vielleicht unsere Seele. Aber anstatt über unser vergangenes Handeln zu jammern oder darunter zu leiden, sollten wir uns der Gegenwart annehmen und sie umwandeln. Die Spuren einer schlimmen Dürre können nur durch reichlich strömenden Regen verwischt werden und Regen kann nur im gegenwärtigen Augenblick fallen. Wenn ein leuchtender Regenbogen am Himmel erscheint, könnt ihr zwar seine wunderschönen Farben bewundern, ihn jedoch nicht nehmen und wie ein Kleidungsstück tragen. Der Regenbogen entsteht aus der Verbindung verschiedener Faktoren, doch nichts an ihm lässt sich greifen. Das Gleiche gilt für die Gedanken. Sie manifestieren sich im Geist, doch haben sie weder greifbare Realität, noch ist ihnen Festigkeit zu eigen. Kein logischer Grund rechtfertigt also, dass die Gedanken substanzlos wie sie sind, eine derartige Macht auf euch ausüben. Es gibt keinen Grund für euch, ihr Sklave zu sein. Kienze Rinpoche Die Wirklichkeit besser verstehen Was hat man überhaupt unter Wirklichkeit zu verstehen? Im Buddhismus versteht man darunter die wahre Natur der Dinge. Unbeeinträchtigt von Geistes Gebilden, die uns die Dinge anders erscheinen lassen, als sie tatsächlich sind. Eine Diskrepanz, die es mit sich bringt, dass wir immer wieder mit der Welt in Konflikt geraten. In der Tat nehmen wir gewöhnlich die äußere Welt als eine Ansammlung eigenständiger, voneinander unabhängiger Entitäten wahr und diesen schreiben wir Merkmale zu, die vermeintlich ihnen selbst zukommen. Angenehm oder unangenehm zu sein, betrachten wir beispielsweise als ein den Dingen selbst innewohnendes Merkmal. Und die Menschen, so scheint uns, sind von sich aus gut oder schlecht. Das Ich, das diese Dinge wahrnimmt, halten wir für ebenso real und konkret. Die Wirklichkeit so zu verkennen, wird im Buddhismus als Unwissenheit bezeichnet. Die Folge sind starke Anziehungs- oder Ablehnungsreaktionen, die normalerweise eine endlose Kette leidvoller Erfahrungen nach sich ziehen. Gemäß der buddhistischen Analyse kommt die Welt durch das Zusammentreffen zahlloser, unablässlich der Veränderung unterliegender Ursachen und Bedingungen zustande. Ein Regenbogen entsteht genau in dem Moment, in dem Sonnenschein auf einen Regenschauer trifft. Doch braucht nur einer der Faktoren zu entfallen, schon verschwindet er. In gleicher Weise ist die Existenz der Phänomene ihrer Natur nach durch wechselseitige Bedingtheit gekennzeichnet. Mit anderen Worten, sie verfügen über keine unabhängige und dauerhafte Existenz. Die letztendliche Wirklichkeit, ob nun bei belebten oder bei unbelebten Phänomenen, ist daher gleichbedeutend mit dem, was man als Leerheit bezeichnet, als das Nichtvorhandensein von Eigenexistenz. Alles existiert in Wechselbeziehung. Nichts ist an sich und von sich aus existent. Hat man diesen zentralen Begriff verstanden und ihn sich zu eigen gemacht, gibt die fehlgeleitete Wahrnehmung, die man von sich selbst und der Welt hatte, einem angemessenen Verständnis der Natur der Dinge und der Lebewesen Raum, dem Wissen. Dieses beinhaltet weder eine intellektuelle Konstruktion noch eine Ansammlung von Informationen. Vielmehr besteht es in einer grundlegenden Herangehensweise, die es uns erlaubt, der geistigen Blindheit und den aus ihr resultierenden aufwühlenden Emotionen und damit der Hauptursache des Leids abzuhelfen und sie aufzulösen. Nach und nach begann ich die unsichere und flüchtige Natur jener Gedanken und Emotionen zu erkennen, die mich jahrelang derart aufgewühlt hatten. Ich begriff auch, wie sehr ich den Blick auf kleine Sorgen verengt und sie dadurch in enorme Probleme verwandelt hatte. Aufgrund der schlichten Tatsache, dass ich einfach da saß und beobachtete, in welcher Geschwindigkeit und mit welcher, was die meisten Aspekte anbelangt, unlogik meine Gedanken und Gefühle kamen und gingen, begann ich unmittelbar wahrzunehmen, dass sie keineswegs so fest gefügt und real waren, wie es den Anschein hatte. Als ich mich dann davon zu lösen begann, den zu erzählen schien, Glauben zu schenken, bemerkte ich allmählich den Autor, der sich dahinter verbarg. Das unendlich weite, unendlich offene Bewusstsein, welches gleichbedeutend ist mit der Natur des Geistes. Jeder Versuch, die unmittelbare Erfahrung der Natur des Geistes in Worte zu fassen, ist zum Scheitern verurteilt. Lediglich so viel lässt sich darüber sagen. Bei dieser handelt es sich um eine unendlich friedvolle und, wenn sie durch regelmäßige Übung stabilisiert wurde, praktisch unerschütterliche Erfahrung, um eine Erfahrung absoluten Wohlbefindens, die alle geistigen und physischen Zustände erfasst und durchdringt, selbst jene, die man gemeinhin als unangenehm betrachtet. Dieses von allen durch innere oder äußere Empfindungen hervorgerufenen Schwankungen unabhängige Gefühl des Wohlseins macht besonders deutlich, was der Buddhismus unter Glück versteht. Yonge Minjur Rinpoche Unser Geist weit wie der Himmelsraum von Tilman Lündrup Tilopas Erklärungen Der indische Mahamudra Meister Tilopa sagt, nimm den Himmelsraum als Beispiel. Während unser Geist so weit und offen ist wie der Himmel, handeln wir so präzise wie beim Einfädeln eines Fadens in ein Nadelöhr. Zunächst entdecken wir in der stillen Meditation das Gewahrsein in jedem Moment diese raumgleiche Natur hat. Dann bringen wir diese raumgleiche Weite hinein ins konkrete präzise Handeln. Mit dem Herzensatem, der weiter unten noch genauer erklärt wird, können wir diese Gleichzeitigkeit von Weite und Präzision üben, indem wir konkret einzelne Personen oder Situationen ins weite Bewusstsein einholen. Die Herzensweite wird mit der Zeit die kleinen wie die großen Handlungen durchdringen, sei es ein einfaches Tischdecken oder das Eingehen lebenslanger Verpflichtungen. Alle Handlungen werden so zu einem präzisen Ausdruck der weiten nicht identifizierten Geisteshaltung, die wir in der Meditation üben. Der Himmelsraum ist ein Beispiel für die Natur des Geistes. Der Himmel hat keine Farbe und Form. Er wechselt seine Farbe abhängig von klimatischen Bedingungen. Aber er bleibt immer der Himmel, egal welche Farbe er annimmt. Um eine Form zu haben, müsste der Himmel einen Anfang und ein Ende haben. Doch der Himmelsraum ist einfach überall, um uns herum. Er ist, wie Tilopa sagt, jenseits von Farbe und Form, unbeeinflusst von Weiß und Schwarz und er ist unwandelbar. Raum bleibt genau wie Geist unbeeinflusst von Stimmungen und Farben. Die Qualität des Raumes weit zu sein, ist etwas Unwandelbares, genau wie die Qualität des Geistes bewusst zu sein. Vieles mag sich im Himmel abspielen, Wolken, Stürme, Satelliten und Flugzeuge, all das ist für den Himmelsraum unerheblich. Es gibt nichts im Himmelsraum, was sich den Flugzeugen, so dem Spiel der Wolken, dem Wind und so weiter widersetzen würde. Er ist unwandelbar und bleibt unbeeinflusst. Tilopa sagt weiter, genauso ist die Natur des Geistes jenseits von Farbe und Form, unbeeinflusst von Weiß und Schwarz, von heilsamen und schädlichen Handlungen. Welche Farbe hätte wohl der Geist? Dazu müssten wir ihn erst einmal finden und als Form erfassen können. So wie der Himmelsraum hat auch Gewahrsein, Geist genannt, weder Anfang noch Ende. Wir können ihm keine Form zuordnen und keine Farbe. So wie im Himmel spielt sich viel ab im Geist. Unzählige Farben und Formen erscheinen, aber keine von ihnen ist die Farbe oder Form des Geistes. Er bleibt unbeeinflusst von Weiß und Schwarz, also von den Höhen und Tiefen unseres Erlebens. Ob heilsame Geisteszustände oder verstrickte Geisteszustände, sie verändern nicht die eigentliche Natur des Geistes. Auch unsere Handlungen beeinflussen ihn nicht. Tilopa fährt fort, nimm den Himmelsraum als Beispiel. Du kannst ihn zwar als Leer bezeichnen, doch der Himmelsraum an sich ist nicht zu beschreiben. Leer bedeutet, dass nicht zu finden ist und genauso verhält es sich mit dem Geist. Er wird als transparent Leer nicht fassbar beschrieben. Aber diese Beschreibung ist kein Beweis, dass er als ein Ding existiert. Alles Erleben findet in diesem Gefahrsein statt, das an sich nicht fassbar ist, aber alles hervorbringt. Tilopa sagt weiter, die Natur des Geistes ist von jeher wie der Himmelsraum und es gibt kein Phänomen, das nicht darin enthalten ist. Die Natur des Geistes lässt sich mit dem Ozean oder dem Himmel vergleichen. Die nicht endende Bewegung der Wellen an der Meeresoberfläche verwehrt uns den Blick in die Tiefe. Wenn wir in ihn eintauchen, sind keine Wellen mehr vorhanden, nur noch die ungeheure Gelassenheit des Grundes. Die Natur des Ozeans unterliegt keinem Wandel. Schauen wir uns den Himmel an. Manchmal ist er klar von keinem Wölkchen getrübt. Dann wieder türmen sich Wolken auf und schon nehmen wir ihn anders wahr. Dennoch verändern die Wolken nicht die Natur des Himmels. Der Geist ist nichts, es sei denn eben diese vollkommen freie Natur. Verweilen wir in der natürlichen Einfachheit des Geistes jenseits aller Vorstellungen. Pema Vangel Rinpoche Geist ohne Mittelpunkt Ein solcher Mittelpunkt ist nicht zu finden. Es gibt keinen. Das ist eine weitere Parallele. So wie der Himmelsraum ist auch das Gewahrsein von Natur aus mittelpunktslos. Gewahrsein ist gewahr, Erleben findet statt, aber ohne einen Mittelpunkt dieses Erlebens. Es ist raumgleich, mittelpunktslos, ohne Zielrichtung. Tilopa beschließt mit dem Satz, wer sich dies zur vertrauten Gewohnheit macht, der erlangt unübertreffliches Erwachen. Wer es sich zur vertrauten Gewohnheit macht, in diese panoramische Sicht hinein zu entspannen und gewahr zu bleiben, was die wahre Natur des Geistes ist, der wird völlige Freiheit erleben. Durchscheinende Präsenz, unendliche Offenheit, ohne Außen und Innen, alles umfassend, ohne Grenze und Richtung. Unendlich weite Sicht, der wahre Zustand des Geistes, wie der Himmelsraum, der keine Mitte hat, keine Peripherie, keinen Bezugspunkt. Schabka Wo der Geist wohnt Viele Wissenschaftler und ihre Anhänger bestehen darauf, dass der Geist nur ein Nebenprodukt des Gehirns ist. Deshalb werde ich in der Diskussion nach meinen Vorträgen oft gefragt, gibt es den Geist denn überhaupt, wenn ja, wo ist er im Körper oder außerhalb oder befindet er sich überall und in allem, wo steckt der Geist? Um diese Frage zu beantworten, biete ich meinem Publikum eine ganz einfache Vorführung. Ich sage, wenn Sie in diesem Augenblick glücklich sind, heben Sie bitte die rechte Hand. Wenn Sie unglücklich sind, und sei es nur ein bisschen, heben Sie bitte die linke Hand. Die meisten Leute heben die rechte Hand. Einige tun es aus vollem Herzen, fahre ich fort. Diejenigen, die glücklich sind, deuten jetzt bitte mit ihrem Zeigefinger auf die Stelle des Glücks, und die Unglücklichen weisen mit dem Zeigefinger auf die Stelle ihres Unglücklich Seins. Bitte zeigen Sie mir diese Stellen. Dann fängt mein Publikum an, ziellos mit den Händen herum zu furchteln, auf und nieder gehen die Finger. Verwirrt blickt jeder zu seinem Nachbarn, der Vorführung endlich begriffen haben, brechen sie in Gelächter aus. Glück ist echt, Leid auch. Zweifellos existiert beides, aber dennoch kann man diese Realitäten nicht lokalisieren, weder im Körper noch außerhalb oder sonst wo. Das liegt daran, dass Glück und Leid Teil jenes Gebiet sind, das ausschließlich dem Geist angehört. Sie sind Teil des Geistes, wie Blumen und Unkraut Teil des Gartens sind. Die Tatsache, dass es Blumen und Unkraut gibt, beweist, dass ein Garten existiert. Genauso beweist die Tatsache, dass es Glück und Leid gibt, dass der Geist existiert. Und die Erkenntnis, dass man auf Glück oder Leid keinen Finger richten kann, zeigt, dass man den Geist in der dreidimensionalen Sphäre eben nicht lokalisieren kann. Wenn man nun bedenkt, dass der Geist das Größte auf der Welt ist, kann er sich ja auch gar nicht in der dreidimensionalen Sphäre aufhalten, sondern dann muss sich diese dreidimensionale Sphäre im Geist befinden. Der Geist ist das Größte auf der Welt, weil er das gesamte Universum enthält. Am Anfang kommt nichts, in der Mitte bleibt nichts, am Ende geht nichts. Mila Wirklichkeit zu durchdringen ausdauernder Übung zumindest eine Ahnung davon bekommen. Ist Ihr Geist befreit, strömt Ihr Herz über vor Mitgefühl, Mitgefühl für Sie selbst, weil Sie unzählige Leiden erfahren haben, als Sie sich noch nicht von falschen Ansichten, von Hass, Unwissenheit und Wut befreien konnten und Mitgefühl für andere, die immer noch nicht ihre falschen Ansichten, Unwissenheit, Hass und Wut in sich erkennen können und somit darin gefangen bleiben. Ständig erzeugen Sie deshalb weiteres Leiden für sich und andere. Betrachten Sie einmal sich selbst und andere mit den Augen des Mitgefühls, als wären sie ein erleuchtetes Wesen, das die Fähigkeit besitzt, das Weinen jedes Geschöpfes im Weltall zu hören, ein Wesen, dessen Stimme die Stimme eines jeden Wesens ist und das die Wirklichkeit in ihrer ganzen Vollkommenheit geschaut hat. Wirklichkeit Vielen Dank.